grüß gott liebes zuschauer schön dass sie wieder mit dabei sind wagenknecht macht ernst so das heutige thema es ist also jetzt auf der schiene bsw bündnis sarah wagenknecht zunächst möchte ich das programm darstellen und genau analysieren also das ist ja noch kein parteiprogramm sondern ein manifest was der parteigründung vorab gestellt wird die ja noch kommt dann noch kurz auf das personal eingehen und dann fragen ob und warum wie viele afd wähler zum bündnis sarah wagenknecht überlaufen werden und wie das ganze zu bewerten ist der titel bündnis sarah wagenknecht für vernunft und gerechtigkeit ist meiner meinung nach sehr gelungen manche kritisieren die eitelkeit den personenkult der in dem parteinamen steckt aber die wähler wollen eben genau sarah wagenknecht für die mitstreiter interessiert sich niemand wer das kritisiert hat gar keine ahnung von marketing auch vernunft und gerechtigkeit sind sehr schöne schlagworte vernunft steht für den gesunden menschenverstand und für ergebnisorientierung gerechtigkeit ist das uranliegen von jedem menschen zum glück steht dort im titel nicht soziale gerechtigkeit das ist ein linker kampfbegriff das führt am ende eher zur ungerechtigkeit vermutlich ist aber leider soziale gerechtigkeit gemeint wir werden später darauf zurückkommen aus marketing sicht ist eindeutig der titel gerechtigkeit ohne adjektive viel besser und das hat sarah wagenknecht in dem fall sehr gut gemacht nun zu den details es gibt vier themen das erste thema wirtschaftliche vernunft noch hat deutschland eine solide industrie und einen erfolgreichen innovativen mittelstand genau so ist es darauf kommt es an die rahmenbedingungen sind verschlechtert und genau das ist auch unser problem dann wird in diesem zuge gesagt die öffentliche infrastruktur ist blamabel züge nicht pünktlich man muss zu lange warten auf einfach als termin lehrer fehlen kita plätze fehlen wohnungen fehlen marode straßen und brücken schlechtes internet überforderte verwaltungen und unnütze vorschriften hier muss ich einmal einhaken unnütze vorschriften einverstanden aber warum sind diese vorschriften unnütz und welche vorschriften sind unnütz bei der ganzen aufzählung sonst entsteht der eindruck dass der staat zu wenig geld für diese dinge ausgibt aber die staatsquote ist doch auf rekordniveau die steuern und abgaben sind erdrückend vorschlag von mir an frau wagenknecht von jedem euro den der staat insgesamt weniger ausgibt werden die belastung der bürger also steuern und abgaben um 50 cent gesenkt und mit den anderen 50 cent dürfen sie dann oben genannte staatliche infrastruktur verbessern und darwin investieren ist das ein deal und bitte keine tricks ich will echte staatliche einsparungen sehen wie die streichung der gelder für den für die ganzen aufgeblasenen behörden oder für dubiose staatlich finanzierte gesellschaften zum beispiel potsdamer institut für klimafolgenforschung warum soll der staat hier geld verplempern oder irgendwelche ngos parteinahe stiftungen antonio stasi und wie die alle heißen sie kennen den ganzen korrupten sauhaufen frau wagenknecht also da müssen sie mal klarheit schaffen und benennen was alles abgeschafft gehört damit gelder frei werden für die von ihnen genannten investitionen zum thema wirtschaft wird dann auch noch das schulsystem kritisiert die 16 lehrpläne die zu großen klassen das mehrgliedrige schulsystem wird abgelehnt es schimmern linke bildungsfantasien durch kein föderalismus mehr keine trennung nach leistungsfähigkeit also einheitsbildung für alle aller erfahrung nach auf allerniedrigstem niveau ok manche mögen das toll finden aber wohlstand und blühende wirtschaft entstehen so nicht dann werden die russland sanktionen und die vermeintliche klimapolitik als ursachen für zu hohe energiepreise benannt dem stimme ich komplett zu beklagt wird von konzernen gekaufte politik versagen der kartellbehörden dadurch würden viele märkte nicht funktionieren kritisiert werden übermächtige finanzkonzerne übergriffige digital monopolisten wettbewerb wird untergraben dadurch die demokratie zerstört das sehe ich ganz ähnlich sehr gut frau wagenknecht sehr gut analysiert weiter im manifest wir streben eine innovative wirtschaft an mit fairem wettbewerb guten arbeitsplätzen und einem hohen anteil an industrieller wertschöpfung aha nicht schlecht einem gerechten steuersystem und einem starken mittelstand auch gut ergänzen könnte man noch bitte weniger steuern und weniger abgaben dann wäre die sache noch runder aber das bündnis sarah wagenknecht schreibt auch was über lösungen man möchte marktmacht begrenzen marktbeherrschende konzerne entflechten monopolaufgaben gemeinnützigen anbietern übertragen es tut mir leid das funktioniert so nicht das hat so noch nie funktioniert der staat muss nicht noch weiter aufgebläht werden der staat muss begrenzt werden in seine aufgaben gefordert werden massive investitionen ins staatliche bildungssystem in die staatliche infrastruktur in die staatliche verwaltung obacht wir brauchen angeblich staatliche zukunftsfonds zur förderung innovativer heimischer unternehmen aber wer soll das entscheiden was innovativ und förderungswürdig ist der staat nein der staat soll sich heraushalten meiner meinung nach die wirtschaft schafft das ganz alleine wenn sie nicht ständig vom staat drangsaliert wird der markt soll entscheiden also der kunde also alle sonst haben nur die etwas zu sagen die in den staatlichen gremien sitzen und die kleinen leute müssen mal wieder alles ausbaden was da an fehlentscheidung getroffen wird ist das gerecht nein gerechtigkeit heißt der kunde ist könig das ist meine meinung dazu deutschland braucht stabile handelsbeziehungen wird vom bündnis sarah wagenknecht gesagt mit möglichst vielen partnern keine blockbildung keine sanktionen preiswerte rohstoffe und energie jawohl die veränderung des weltklimas sei eine ernste herausforderung die die politik nicht ignorieren darf ich sehe diese ernste herausforderung nicht falls sie es gibt trotzdem bitte bitte keine klimapolitik klimapolitik ist anmaßend gottspielerei hyperteurer blödsinn bitte aufhören damit sofort so mein kommentar dazu dann blinder aktivismus und nicht durchdachte klimamaßnahmen gefährden unsere wirtschaftliche substanz sagt sarah wagenknecht das verteuert das leben der menschen gut bitte eben aber in dem sinne wie ich vorhin gesagt habe noch konsequenter das ganze anprangern dann kommt allerdings ein schlusssatz zum thema wirtschaft und zum thema klima der mich etwas vom hocker gehauen hat im positiven sinne ich bin wirklich begeistert da heißt es der wichtigste beitrag den deutschland zur bekämpfung des klimawandels leisten kann ist die entwicklung innovativer schlüsseltechnologien das wäre doch mal ein ganz neuer ansatz chapeau hut ab genau das ist es anstatt einer klimapolitik die darauf hinaus läuft läuft dass wir alle verarmen und am ende hunger und elend entstehen sollen die jenigen die an den menschen gemachten klimawandel glauben und auch glauben dass menschen hier eingreifen können diejenigen sollen investieren oder auch spenden in technische innovationen kernenergie fusion brennstoffzelle wasserstoff neue speichertechnologien jeder wie er möchte aber bitte ohne zwang und gewalt ohne staat ganz freiwillig alles andere nenne ich suizid kommunismus im zweiten kapitel überschrift soziale gerechtigkeit ich habe es geahnt dass doch wieder hier soziale gerechtigkeit steht da steht aber wenig konkretes in dem kapitel viel allgemeinplätze mehr staat schimmert immer wieder durch wie gesagt aus meiner sicht funktioniert das nicht im kapitel frieden sind gute floskeln drin die bundeswehr hat den auftrag unser land zu verteidigen für diese aufgabe muss sie angemessen ausgerüstet sein jawohl militärisches vorgehen der usa wird kritisiert die usa greifen immer wieder völkerrechtswidrig andere länder an so wird hier geklagt zuletzt wurden durch diese aktion der vereinigten staaten mehr als eine million menschen getötet viele länder fühlen sich daher bedroht und das führt zur instabilität in der welt die kritik ist sicherlich berechtigt allerdings tragen natürlich auch andere zur instabilität bei bündnis sarah wagenknecht sagt unser ziel ist ein eigenständiges europa souveräner demokratien in einer multipolaren welt wir möchten keine neue block konfrontation in der europa zwischen usa und einem neuen machtblock um china und russland zerrieben wird das ist wirklich eine ernste bedrohung für uns den frieden zu erhalten ist keine leichte aufgabe und wir haben anna lena baerbock mit einer außenministerin sarah wagenknecht würde ich mich deutlich wohler fühlen man muss natürlich beachten dass gute beziehungen zu den usa am allerwichtigsten sind mit dem stärksten in der klasse soll man keinen ernsthaften streit haben aber ich glaube wagenknecht ist schlau genug das zu begreifen letztes thema freiheit mein lieblingsthema wir wollen die demokratische willensbildung wiederbeleben heißt es im programm sehr schön dann schon im nächsten satz rechtsextreme und rassistische ideologien lehnen wir ab moment mal schon im zweiten satz wird alles wieder zunichte gemacht das problem ist folgendes ich möchte es einmal erklären was ist denn rechtsextrem und was ist rassistisch die demokratische willensbildung wurde ja genau dadurch zerstört dass man jeden der die regierung kritisiert hat sofort als rechtsextrem und rassistisch gebrannt markt hat zum beispiel wer die massenzuwanderung kritisiert ist in den augen der parteien ein rassist wer die geldpolitik kritisiert ist rechtsextrem wer solche keulen verwendet will keine debatte er will gar keine demokratische willensbildung ich habe einen verdacht sarah wagenknecht will meinungsfreiheit stellt sich gegen cancel culture gegen konformitätsdruck gegen reglementierungen der sprache wenn es um ihre meinung geht die meinung anderer von sogenannten rechten konservativen liberalen also zum beispiel meine meinung und die von millionen anderer soll weiterhin mit aller härte bekämpft und kriminalisiert werden ich bitte um klarstellung meinungsfreiheit ist immer auch die meinungsfreiheit der andersdenkenden der minderheit aller minderheiten dazu gehören auch links und rechtsextremistische ansichten was immer das sein soll ich selber aus meiner sicht vertrete immer gemäßigte standpunkte aber eben auch alles andere muss erlaubt sein anders sind freiheit und demokratie nichts wert nehmen wir an jemand äußert sich böswillig abwertend gegenüber schwarzen dann habe ich automatisch ein sehr unangenehmes gefühl so wie die meisten anderen auch derjenige der sich so geäußert hat wird automatisch sehr viel ablehnung erfahren und das reicht meiner ansicht nach völlig aus dieser mechanismus wenn der entsprechende der sich da ungeschickt geäußert hat klug ist wird er beim nächsten mal eine angenehmere wortwahl an den tag legen was aber noch viel verwerflicher ist als eine solche wortmeldung ist wenn jemand hingeht und den sprecher aufgrund seiner äußerung als mensch komplett vernichten will ihn für alle zeiten ausgrenzt und seine ausgrenzung und die menschliche isolierung fordert auch von anderen das ist viel bösartiger als eine unbedachte äußerung und das ist genau unser problem zum thema migration wird hier auch etwas gesagt zuwanderung kann eine bereicherung sein das gilt aber nur solange der zuzug begrenzt bleibt unser land nicht überfordert wird und die integration gelingt migration ist nicht die lösung für das problem der armut in der welt so heißt es im manifest bündnis sarah wagenknecht das ist sehr schön gesagt fazit das manifest ist teilweise gut bis sehr gut manche lösungsvorschläge aus meiner sicht aber nicht zielführend weil sie zu sozialdemokratisch sind sagen wir mal aber meinungsverschiedenheiten sind natürlich erlaubt und wir werden sehen welchen erfolg die neue partei haben wird kommen wir zum personal bisher ist das fleisch vom fleische der links partei wagenknecht die 1989 noch in die ss ed eingetreten ist wollte den ddr kommunismus aufrechterhalten das kann man als jugendsünde durchgehen lassen das manifest klingt so als ob sie geläutert sei kann man das glauben ich finde wagenknecht kommt durchaus glaubwürdig rüber insgesamt wollen neun oder zehn bundestagsabgeordnete von 38 die fraktion der links partei verlassen bzw ins bündnis sarah wagenknecht eintreten das ist etwa ein viertel viel mehr als ich gedacht hatte möglich dass sogar noch mehr überlaufen werden auch in ländern und in den kommunen es fällt auf dass es mehr westlinke als ostlinke sind zu erwarten ist dass mit dem personal auch die inhalte und gepflogenheiten der links partei mitgenommen werden insbesondere die nähe vieler zur antifa einer art sa vergleichbaren organisation die antifa ist gewaltbereit antidemokratisch totalitär afd politiker und wähler werden als kriegsgegner gnadenlos bekämpft auch mit körperlicher gewalt das schreckt viele ab man muss abwarten wie sich die partei die ja noch gar nicht gegründet ist entwickelt aber die nähe zur antifa ist sehr bedenklich laut insa umfrage vollzieht sich die spaltung der links partei nicht in der wählerschaft das ist erstaunlich insa halte ich für relativ seriös im gegensatz zu allensbach forsa oder forschungsgruppe wahlen es gibt auch eine erklärung dafür wagenknecht wurde zuletzt in der links partei kalt gestellt und die wähler dieser richtung sind schon abgewandert zu den nicht wählern oder eben auch zur afd die afd ist ein sammelbecken für mit anderen parteien unzufriedener es ist die einzige oppositionspartei derzeit inhaltlich ist die afd deutlich wirtschaftsliberal viel liberaler und marktwirtschaftlich orientiert als zum beispiel die ftp ich finde das prima das ist auch meiner ansicht nach der einzige weg aus der krise hin wieder zu mehr wohlstand für alle die wählerschaft ist hingegen sehr vielschichtig die afd ist vermutlich volkspartei das heißt sie enthält stimmen aus allen schichten und denkmustern wenn jetzt mit dem bündnis sarah wagenknecht eine weitere oppositionspartei auftaucht dann ist es ganz natürlich dass die afd einige prozente an die neue kraft abgeben muss das könnte rund jeder sechste afd wähler sein die afd wird es verschmerzen können langfristig sehe ich trotzdem weiteres wachstum für die afd auch welche die jetzt zum bündnis sarah wagenknecht wechseln wollen könnten wieder zurückkehren denn das bündnis sarah wagenknecht muss ihre glaubwürdigkeit nachweisen sie muss zeigen dass es ihr um inhalte und nicht um ideologie oder um den wählern schadende partei macht politik geht maßstab dafür ist die sogenannte brandmauer die afd wird es natürlich testen sie schreibt einfach eine passage vom wahlprogramm bündnis sarah wagenknecht ab eine passage die auch der afd gefällt wo man eine übereinstimmung hat dann bringt sie einen entsprechenden antrag ins parlament ein lehnt bsw diesen antrag ab dann ist bewiesen dass es denen nicht um die sache geht sondern nur um macht wie allen anderen unwählbaren parteien die afd würde so etwas nie machen würde niemals anträge ablehnen die sie inhaltlich befürwortet die afd entscheidet niemals nach person sondern immer in der sache und zwar ist das die einzige partei die so etwas macht und das ist auch das einzige was im sinne der bürger ist das ist das einzige was man eigentlich von jedem politiker erwarten muss dazu kommt noch dass zum beispiel sollte bsw bei der landtagswahl thüringen im nächsten jahr erfolgreich sein und einziehen man abwarten muss ob sie mit allen anderen parlamentariern redet oder ob sie wohlmöglich die rot rot grüne regierung weiter im amt hält wenn sie das macht dann wird es wieder bergab gehen dann ist das nur ein kurzes strohfeuer gewesen wir werden sehen wie es kommt es bleibt spannend vielen dank fürs zuhören